hallo ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun donnerstag den 29 12 2022 und unser dax hat sich zum mittwoch wieder deutlich träge gezeigt deutlich entspannt und ruhig fast wie eingepennt aber erst runtergelaufen passt demzufolge nach auch gut auf das was wir gestern gesagt hatten haben gesagt dass er relativ schwach eigen oder das ist ja als schwach werte auch dass sie das aufwärts gibt nicht gewertet habt und man deswegen genau bei 9 50 hingucken sollte 9 50 9 20 wenn er die nach unten bricht soll das nach unten weiteres aufgeben die 9 50 hatte dann sehr sehr gut erstmal angenommen und kurzfristig verteidigt dann nach unten aber aufgemacht und sich auch unter 9 20 und 9 50 gedrückt in dem fall sollte er weiterlaufen bis 8 60 800 und 700 erreicht haben wir die 8 60 noch nicht ganz aber fast dürfte dann jetzt zum donnerstag kurzfristig erreichbar sein oder wie man es als ein anderer youtube kommentar auch zusammenfassen könnte diese analyse war ja vollkommen falsch ich weiß gar nicht was ich geschrieben hatte manchmal erstaunlich immer wieder also wenn ich mir denke mensch hatte genau das gemacht was mir gesagt genau das gemacht was wir gesagt genau das gemacht was wir gesagt haben und manche leute sitzen dann da und sagen das war völliger humbug aber gut okay was interessiert uns das geschwätz andere leute von daher machen wir einfach so weiter wir haben unten die 800 noch im target und die 700 könnte auch quasi als jahresabschluss und noch ein bisschen was reintreten zumindest mal probieren dass hier noch mal ein bisschen nach unten zu verlängern also ein neues tief unter 8 45 wäre eigentlich schon schick 800 erreicht werden 70 punkte also würde mich fast wundern wenn das zum donnerstag nicht macht passt aber dann hier unten auf insbesondere an den neuen tiefs wenn hier fette grüne stundenkerzen an von unten hochziehen kann er trotz dass wir auch zwischen den feiertagen liegen sich wieder ein gutes stück nach oben ziehen er zieht er sich nach oben ist wieder 14.000 wichtig 1450 14100 ja drückt sich aber weiter einfach runter und schiebt durch ohne grüne stundenkerze oder alles nur irgendwie flach zur seite oder direkt wieder ausgekonterte erholung dann tief 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 bis 13 700 die haben wir schon mal im nachthandel hier erreicht da hat man gesagt es kommt bestimmt im regulären handel nochmal das hat er jetzt ganz schön aufgeschoben er könnte das sogar über 270 noch aufschieben aber das dafür ist mir eigentlich zu wackelig zu schwach das sieht ja aus wie er es probierte jetzt mal noch ein bisschen was abzugleiten also können noch mal spannende letzte handelstage im jahr werden könnte auch durchaus noch mal ein bisschen unruhig werden deswegen passen müssen auf das ist immer noch unsere impulsgebende welle gewesen hier vom letzten hochweg wenn das sowas nach unten zaubert dann haben wir schon über ein paar andere kostziele die dann noch erreichbar sind weil der markt orientiert sich gerne an den vorherigen wellen in der projektion für zukünftige wählen und von daher könnte das schon ein bisschen unruhig werden deswegen es gilt weiterhin wie die letzten tage ich erwarte nicht viel aber man sollte ein bisschen bei der sache bleiben der hätte schon die situation und auch das potenzial hier ein bisschen puck zu machen und schon los zu rennen und dann wird der ein oder andere im neuen jahr bisschen blöd aus der welche gucken wir dann kaum noch reinkommen das riecht etwas danach also von daher ich mache hier aus wünsche euch gutes gelingen viel erfolg und wir uns morgen wieder bis dahin tschüss die Untertitelung des ZDF, 2020